Ich weiß nicht, ob ich noch eine Runde will, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ich ähm... Charlene, Muffi, komme zur Beerdigung. Hängen die alle zusammen? Die Kurzgeschichten? Beerdigen wir uns jetzt unsere Frau? Hallo? Oh mein Gott, wir kommen zu spät zur Beerdigung. Das ist schon sehr traurig. Ja, Herr Pastor, ich komme ja schon. Oh, das ist ein sehr schöner Kranz. Ich komme später wieder. Ich gucke mich erst mal außen um. Gibt es hier auch einen? Nein. Okay. Oh nein, hier gibt es auch eine Gruft, ne? Oh, der Pastor hat aufgehört zu bümmeln. Ach, ist nur ein Fass? Ich dachte schon. Okay. Okay. Da sind überall Krinser am Liegen gewesen. Oh, okay. Dann gehen wir mal rein, ne? Oh, ist das unangenehm. Unangenehm. Meine geliebte Frau. Das war die Rede. Äh, was? Was sind das? Sind das Flaschen? Da liegen Flaschen drin. So, das war meine Rede. So, tut mir leid. So, das war meine Rede. Huch. Äh. Äh. Hilfe. Hilfe. Hilfe, der Sarg fängt an zu fliegen. Hilfe. Äh. Hilfe, der Sarg greift mich an. Äh, was? Okay, ich bete. Was, klingeln sie auf meinen Kopf und es hört nie auf? Was? Kreide? Kreide? Wo ist Kreide? Oh nein, der, oh, der Sarg kommt. Uah. Wo ist denn? Ach da. Oh, hallo. So, Gedankenbuch aufgehoben. New Chapter unlocked. Ganz toll. Oh, Lord. Let the dead roll of me. For all the death fight against me. For all the death fight against me. Let them be the founding. To shame to see death in my soul. Let them be turned back. And they become the founding that the prize evil gave you. Let them be mine with the dust people of the list. Let the angel of the Lord's great time. Let the way of my God to silver. Let the angel of the Lord's great time. Ich muss das anders machen. Ich muss die, glaube ich, erstmal woanders hinloggen, oder? Kann ich mit dem noch quatschen? Nein. Dass hier aber auch die Decke weggebrochen ist, voll witzig. Komm mal bitte hier hin. Lieber Sarg. Hui. So, dann predige ich mal eine Runde. Benediktum, Benedaktum. In Afrika laufen die Weiber nackt rum. Im Kloster tragen sie Kleider. Leider, leider. Alter Falter. Nein. Alter Falter. Nein, der Sarg brennt. Oh mein Gott. Meine Frau. Meine geliebte Frau. Gott, help me. Ich habe Kreide gefunden. Wofür war die Kreide? Es scheint, dass ich die Polizei verabschiede. Wofür brauchte ich die Kreide nochmal? Er hat dir irgendwas von Kreide gesagt. Muss ich ihm die wiedergeben? Eh, ich komme nicht lang. Eh. Er ist doch gar nicht da. Oh. Schlüssel zum Sakrit, was? Es scheint, dass es ein Platz für die Kirche ist. Alles gut. Alles gut. Oh, Alter. Die Kirche brennt. Oh, Alter. Die ganze Kirche brennt. Holy shit. Das heißt nichts Gutes. Ich war das nicht. Ich war das nicht. Äh. Äh. Frau, bist du es? Äh. Oh, moin. Er hat das Glück gemacht. Ich kann nicht resistieren. Es riecht so in meinem Kopf immer. Du kannst die vier Menschen sehen. Ich bin der Star. Ich bin der Star. Du musst die Kruppe bestreiten. Ich bin der Star. Ich bin der Star. Ich bin der Star. Ich bin der Star. Priesterkreuz. Ja, das wird mir helfen. Das glaube ich auch. Oh Gott, ist das furchtbar. Hier kommen wir gar nicht lang. Das sind ganz tolle Geschichten hier. Ich frage mich vor allem, wie das zusammenhängt. Er ist von der Arbeit gekommen. Ganz am Anfang mit dem Fahrstuhl. Ich frage mich. Ich frage mich. Äh. Was? Er ist von der Arbeit gekommen. Wahrscheinlich den Anruf gekriegt. Frau im Krankenhaus. Und er hat es wohl irgendwie nicht geschafft. Weil er vielleicht im Fahrstuhl stehen geblieben ist. Oder so. Irgendwie. Keine Ahnung. Aber er hat es ja dann irgendwie doch geschafft. Oder so. Und wird mit seinen Ängsten nicht fertig. Oder irgendwie sowas. Und in der Kirche ist dann auch noch was passiert. Oder was? Oder wie? Oh nein. Ich kann mich verstecken. Ernsthaft? Oh Gott. Ich will mich nicht verstecken. Ich hasse das. Ich will mich nicht verstecken. Ich höre ihn. Ich hatte ihn gerade gehört. Ich glaube, wenn der Pastor aufhört zu bümmeln. Dann kommt er. Äh. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich sehe nichts. Gott ist das duster. Was mache ich denn, wenn... Wenn ich keinen Sarg in der Nähe habe. Was mache ich denn dann? Das ist ja ganz toll. Also läuft er hier dauerhaft rum, ja? Sagst du? Also kann ich dem quasi gar nicht so entkommen. Wie viele Wege gibt es denn jetzt? Das ist auch zu. Okay. Es gibt also nur diese zwei Wege, ja? Sagst du? Also hier ging es ja... Hier ging es ja auch nicht weiter, ne? Okay. Aber wie soll uns das Kreuz helfen? Wir können uns gar nicht wehren. Also... Ach, oder ist er das, der die ganze Zeit sitzt? Dass der dann durchdreht. Kann das sein? Der Kühlschrank ist rot. Ich glaube auch, dass der Kühlschrank rot ist. Ich glaube, er ist das, ne? Ich glaube, er steht irgendwann auf. Und der kommt dann von da oben. Aber wir müssen irgendwie was finden. Schlüssel oder so, da keine Ahnung. Oh, jetzt ist eine Treppe. Hä? Wo sind wir denn hier? Okay. Wer, der kommt jetzt. Dann ist aber was los. Kündige ich. Äh, ich weiß nicht, wo lang. Ich geh mal hier lang. Nein, geh doch weiter. Öh, er geht nicht weiter. Öh, jetzt. Der ist auf dem Weg. Lauf ich richtig? Ach, jetzt sind wir hier. Hä? Ich schnall das nicht. Oh nein, er ist weg. Oh, äh. Öh, 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 lalala. Das Problem ist. Oh, wir sind jetzt da. Wie sind wir denn jetzt da durchgekommen? Es gab gar keinen Durchgang. Oh, ich höre den laufen. Oh, fuck. Ich muss los. Ciao. Weh, ich laufe den jetzt in die Arme. Gab es hier nicht noch einen Durchgang irgendwo? Da. Mist, die Tür ist zu. Ah, tschüss. Ihr seht mehr wie ich tatsächlich. Vielleicht sollte ich auf dem Bildschirm gucken. Wo geht es denn hier hin? Äh, ja. Oh Gott, ist das ein Labyrinth. Ein ungedrehtes Kreuz. Ist bestimmt immer gut. Erinnere mich, wir sind an Outlast. Das ist nicht gut, dass wir zurück müssen, ne? Äh, ja. Habe ich den laufen gehört? Ich höre den laufen. Ach, leck mich doch am Arsch. Oh, nein. Wo ist der? Bin ich... Ich weiß halt nicht... Äh. Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hilfe. Ich sehe vor lauter Särgen den Wald nicht. Wo muss ich... Wo muss ich hin? Ist hier ein Durchgang irgendwo? Da. Da ist ein Schlüssel. Schlüssel mit Kruzifix aufgenommen. Ah, 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 ah. Jetzt muss ich erst mal zurück, oder was? Wenn er mir jetzt entgegenkommt, kündige ich. Ich höre ihn. Oh, der läuft da unten. Der Drecksack. Dieser kleine Schlingel. Der kämpft da unten ab. Weh, ich laufe dem jetzt entgegen. Dann ist was los. Und dann düse ich mal wieder. Hui! Irgendwo hier war der Ausgang. Ho, ho, ho. Ich laufe, glaube ich, richtig. Glaube ich. Nicht zu früh, Freund. Ja, ich muss hier irgendwie nach oben. Ja, aber wo war die blaue Tür? Da. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Mach offen, die Scheiße. Mach offen. Der Schlüssel ist nicht dafür. Wofür ist der scheiß Schlüssel? Fuck, Mann. Wofür war der scheiß Schlüssel? Ich dachte dafür. Gab es auch eine Tür, die zu war? Lass mich hier rein. Ich will nicht mehr. Oh nein, ich höre ihn schon wieder. Der ist schon wieder oben, der Drecksack. Oh, das ist hierfür. Nein, hierfür auch nicht. Oh, ich bin so am Arsch. Ich bin am Arsch. Oh Gott. Ah, wo ist denn der scheiß Schlüssel? Wofür ist denn der scheiß Schlüssel? Hab ich ein Inventar? Nee. Der kommt. Und es ist nicht der Knight Rider. Hallo Alex übrigens. Ich will die ganze Zeit überlegen, ob vielleicht das mit dem Klingeln irgendwas zu bedeuten hat. Dieses Gong. Ach, ich weiß welche Tür. Ach, wir brauchen... Oh nein, ich weiß, wo wir hin müssen. Scheiße. Ich weiß, wohin. Fuck. Aber wie kam ich da nochmal hin? Ah, diese Tür mit dem umgedrehten Kreuz. Wo war das? Fuck. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Scheiße. Fuck. Fuck. Der kommt uns gleich entgegen. Sie ist schon gekommen. Der steht gleich vor uns. Ich weiß es genau. Weil ich es verkacke. Okay, wo war denn dieser Kackraum, Mann? Den haben wir so schnell gefunden vorhin. Mann. Toll, dann sind wir hier. Großartig. Oh, ich höre ein Laufen. Neben uns. Hilfe. Wo bin ich hier? Äh, nein. Hilfe. Das war's. Sackgasse. Sackgasse ist das Schlimmste, wenn du verfeucht wirst. Oh, der rennt nicht immer. Ich weiß nicht, ob wir Ausdauer haben. Oh, fuck. Wo ist diese scheiß Tür? Jetzt laufen wir, glaube ich, zurück, ne? Ja. Natürlich. Ey, das gibt's doch nicht. Wenn ich ihn jetzt in der Arme laufe, ne? Dann kündige ich. Natürlich läuft er hier lang. Ey, das ist doch zum Mäuse melken. Ich hab mir diesen Weg auch einfach nicht gemerkt, ne? Wo war denn diese fucking Tür? Es ging eben mal weiter runter. Sind wir dann hier hoch? Oder wo sind wir dann lang gelaufen? Ich weiß das nicht mehr. Kann mal jemand nachgucken? Höh! Genau da ist er jetzt. Willst du mich verarschen? Natürlich. Hau ab, Mann. Hau ab. Wieso rennt der nicht? Ich kann nicht mehr rennen. Ernsthaft? Jetzt? Haben wir den Schlüssel denn noch? Ich hoffe, wir haben den Schlüssel. Ich hoffe, wir haben den Schlüssel noch. Hallo? Ich weiß halt echt nicht mehr, wo wir lang gelaufen sind, ne? Warte mal. Hier hat er uns ja gerade gecatcht, ne? Sind so klein, die Mäuse. Ja, manchmal rennt der irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ob der aus Ausdauer ist? Nee, wenn er so da so, dann ich so hier so. Tja. Aber ich so hier so? Ich finde, die sind weh ich nicht. Okay, hier ist der Raum mit dem Schlüssel. Okay, wir haben den Schlüssel, Gott sei Dank, noch. Aber wo war verdammt nochmal diese Kacktür? Jetzt laufen wir den genau in die Arme. Nach oben ist schlecht. Eigentlich nach unten, ne? Nein, ich kann schon wieder nicht rennen. Er rennt schon wieder nicht. Oh, Gott sei Dank. Nö, nö, tschüss. Da, 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 da. Ja, 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 ja. Oh. Frau. Da ist ein Schlüssel. Nimm den mit. Nimm den scheiß Schlüssel mit. Ich komm nicht. Was ist das für ein Schlüssel? Mit Klingel. Oh, der ist bestimmt oben fürs Gitarvetten. Jetzt düse ich aber so schnell zurück. Da kannst du mal gucken. Und er ist hier, natürlich. Natürlich ist er hier. Wo soll auch einer sein? Äh, hier lang. Glaub ich zumindest. Und ich düse, 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 düse im Sause-Schritt. Und bring die Liebe mit von meinem Himmelsbett. Ja, wir sind richtig. So, dann hier lang. Dann wieder nach oben. Genau. Ja, das sieht gut aus. Alter, ist das furchtbar. Und da ist, ne, da ist das blaue Licht. Nicht da hinten. Wer, der kommt. Lauf! Oh, Gott sei Dank. Anstatt er die Türen unter sich abschließt, ne? Nein. Warum denn auch? Lauf doch! Ich glaub, der hat Ausdauer. Aber ich glaub, wir sind jetzt erstmal, glaub ich, ihnen etwas los. Ich glaub, wir können's ein bisschen ausruhen. Aber, was ist das denn? Oh, Lord. Ja, das ist das denn? Oh Lord, did a man wrong with me, over for all in that fight it is? I let them be confronted, to shame the student of my soul. I let them be turned back and be confronted with the prize he will get. I let them be found to dust me for the man, for though he needs him a little bit for your time. I let the man not got to serve, I let an angel a little more personless. Ende Final Chemie Errungenschaft Wir haben es geschafft, sie zu beerdigen, unsere Frau Nein, oh mein Gott Ich synchronisiere das nur Das war auch so gut I'm sorry, bumm zu Das war so gut Nein, meine geliebte Frau Aber es vermag jetzt noch kommen Sie ist ja tot